Hi Michi, na, Silvester überstanden? Ja Logo, bin ja eben in Norwegen, aber leider regnet es hier jetzt, wir sind am Laschern gewesen. Boah, es war super, minus 17 Grad und 70 Zentimeter Pulverschnee. Ja, perfekt, dann spreche ich gleich mal ins Auto und wir sehen uns in der Ski am AD, oder? Perfekt. Servus. Hallo. Servus, bin der Michi, bin der Ares und wir gehen heute mal ein bisschen Zauchensee anschauen. Okay, die Schneebedingungen sind... It's on when it's on! Stronger,iferg! Yohooo! Da geht's! Weck her! Das ist noch nicht! Was denn, du hast auf das Ares? Live dabei in Ski Amade.